so und damit alle leute was geht ab jetzt kommt von mir heute mal etwas anderes heute gibt es kein gameplay sondern ein unbezahltes werbevideo in anführungszeichen nein ich habe mir ein bild von ihm bestellt einem ziemlich coolen künstler aus benin namens irontrung falls er das selber sieht hasse mich falls ich den namen falsch ausgesprochen habe dann sagen wir es mal halt auf richtig almanisch wie ein richtiger alman irontrum es hat auf jeden fall mir ein bild von ihm bestellt ich habe nämlich videos von ihm auf tik tok gesehen wo er ein paar videos über seine bilder gemacht hat denn er brennt die gelauf holz oder ins holz und da habe ich mir gedacht so jup da wie auch die weines bestellt und das habe ich getan und alter vater ich bin richtig gehypt ich bin richtig übelst gehypt weil es sieht einfach schon hart geil aus war aber richtig geil aus viele werden es wahrscheinlich jetzt schon kennen was es ist und dann die hätte hier unter uns es ist kein erding absolut nicht es ist rein gebrutzelt eingebrannt ins holz aber wie hat er nicht so geil wo ist er denn da der gute alte eva 01 scheiß geiles teil muss man sagen richtig geil ich bin richtig gehypt also ich wusste dass die bilder schon geil werden aber dass sie so geil werden habe ich nicht mit gerechnet muss ich sagen weil alte dinge schon schon nice gemacht war aber ich kann es nicht ja ein bisschen schleichwerbung aber ich mache das ja damit die welt einfach mal sieht was er für eine geile scheiße macht weil sowas muss nicht im verborgenen bleiben so ne kunst alter geilo richtig geil ich bin auf jeweils todes gehypt und es wird auf jeden Fall nicht das einzige bild bleiben der will auf jeden Fall noch ein paar folgen weil die einfach todes geil sind ich glaube ich habe das schon ein paar mal gefilmt aber ist egal ich kann das dinge eigentlich gar nicht oft genug filmen was einfach geiles es ist und bleibt einfach booms geil und das muss einfach mal in die welt gezeigt werden und dann müssen wir mal folgen liken alles weil sowas hat mehr als 1000 likes verdient eine millionen likes geilo richtig geiler geworden und auch schon ich wollte euch einfach nur gezeigt haben wie ein buches geiles bilder von geworden ist oder wie ich sagen wünsche euch einen schönen tag bis dahin und Zubel! Untertitelung des ZDF, 2020